Okay, so, ähm, ich nehme mal das Holz eben. So, das Problem, was ich jetzt habe, ist... Wofür? Nee. Ähm, wir können ja keine neuen Kisten in einem, ja, Quadrat aufstellen. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ja, Kisten können doch nur zu Doppelkisten werden. Ja. Ja. Und das ist das Problem. Ich wollte ja Kisten unter den Trichtern platzieren. Unter den Trichtern. Aber das geht nicht. Weil wir... Keine drei Kisten in einer Reihe haben können. Weißt du jetzt, was ich mein? Ja, bist du überhaupt auch mal... Einfach, bist du auch mal auf meine andere Idee gekommen? Was ist denn für eine? Wir haben ja sozusagen ein Kreuz. So. Wenn du einfach mal unter den Steinen stehst, wo die Kisten dran liegen. Ich meine, ein nach rechts ist eine Kiste. Und dann einfach noch ein weiter nach rechts. Und da deine Kisten packen. Was? Ich verstehe gerade nicht unbedingt, was du meinst. Aber gut. Wo bist du denn gerade? Hier. Ja, wo hier? Ich sehe dich nirgendwo. Ja, eine Monsterfalle. Achso, da meinst du das. Hä? Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Bin mir jetzt nicht sicher. Dürfte ja auch so funktionieren, oder? Man hätte es auch gar nicht komplett anders machen können. Wenn ich ehrlich sagen darf. Und wie? Man kann Trichtern, 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 Trichtern machen. Achso, und dann unter eine Kiste, oder was? Ja, sagen wir zum Beispiel die mittlersten. Die mittleren Trichtern lassen nach unten. Die links, rechts, oben. Also die jeweils mal direkt dran drinnen. Ja, ich weiß. Das habe ich schon verstanden. Das habe ich gerade verstanden. Du stehst nur gerade ein bisschen in den Weg. Hä, hä, hä. Zack. So, Moment. Ich werde vielleicht nicht den Trichtern abbauen sollen, auf dem ich stehe, aber okay. Also warte, den Trichtern an den Trichtern packen. Genau, dann den an den. Also so, so wie so eine Schneckenform kannst du das eigentlich machen, ne? Genau. Also heute kannst du auch mit dem 8 Trichtern auch so eine Klopp machen, oder mit zwei. So, dann dürfte das eigentlich funktionieren, so. So, warte. Der Trichter geht in die Truhe. Der geht da ran. Der geht da ran. Der geht da ran. Der geht da ran. Da ran. Da ran. Das ist dann so, ja, so. Was in den Eintrichter fließt, fließt dann von dem Trichter in den Trichter in den Trichter in den Trichter in den, in den, in den, in den, in den, in den und dann in die Kiste. Ja. Ja, gut. Gut, dann haben wir das fertig. Ja. Müsste ich hier nur irgendwie... ...das neu bauen. Ja, mach ich das so. Zack. 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 So. Ach ja. Spannend, spannend hier. Oh. Erstmal. Das kommt hier rein. Äh, das kommt hier rein. Das kommt hier, hier, hier. Man kriegt Close Stone? Cool. Zack. Ich snack mir mal ein bisschen Cobblestone-Slaps, ne? Mach doch. Wo wollte ich mein Haus nochmal hinmachen? Irgendwo in die Richtung da, glaube ich. Ich hab Zäune. Geht hier drauf? Hier drauf geht, um zu platzieren. Das ist eigentlich, kann ich das... ...so machen. Dann hier noch ein höher. Hier drauf geht, um zu platzieren. Hier wieder nicht, ne? Mach ich das mal hier so. Oh, was? Was denn? Ich bin ja schon wieder rausgeflogen, gerade. Oh, lol. Flo hat mein Server verärgert. Wieso ich? Du fliegst... ...du fliegst die ganze Zeit raus, nicht ich. Und hier ist ein Block zwischen. Das heißt, hier muss eigentlich auch ein Block zwischen sein. Das heißt, eigentlich muss ich es hier platzieren. Dass das alles auch nochmal einhören. Ähm, keine Ahnung. Ja, zack, zack, zack. Ist das so richtig? Ich hab keine Ahnung. Das ist... Zack, zack. Hack. Zack. Zack. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung. 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 Ich will jetzt keine neue Dings bauen, Leute. Ach, egal. Ach komm, das mache ich irgendwann mal offscreen. Ich habe doch keinen Bock, das jetzt so zu bauen. So, Monsterfall ist auf jeden Fall fertig. Jo. Warum habe ich jetzt so viele Kisten gemacht? Oh Mann. Das kann wieder rein, das kann wieder rein. Dann packe ich die Kisten mal hier drüben hin. Zack. So. Wie lange nehmen wir auf? 48 Minuten. Okay, 10 Minuten müssen wir noch aufnehmen. Weißt du was? Ich baue mich jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. Mit 6 Cobblestone Slaps Decks, ne? Meintest du, Blubberbone? In der Hölle auf jeden Fall. Ja, meintest du 6 oder 3 Cobblestone Slaps? Ich würde 6, nö. Okay, nehme ich 6. Du hast ja Doppelweg sogar gemacht. Ist ja eklig. Hau rein. Man zieht sich. Warum... Hä? Was denn? Um Doppelweg geht doch nichts so Schlimmes da dran. Doch, das ist eklig. Äh, und? Ich kann nicht einfach so ein Haus, dann kann ich besser bauen, so. Psst. Kannst du nicht. So. So. Halala. So, jetzt können wir auch labern, was wir wollen. Denn das hier werde ich vorspulen, Leute. Bis später. Ich kann hier davor 똑같. So, ich kann hier unbegreifen. Untertitelung. BR 2018 So, kommst du? Ja, gleich. Bringst du ein paar Cobblestones oder so mit oder eine Spitzjacke? Ich hab nämlich nichts mehr. Ach ja, Leute. Hier, ich bin da. Ich hab jetzt, ich glaub, fünf Stacks hab ich verbaut oder so. Fünf Stacks von den Stone Slabs hab ich verbaut. Oh, Guttchen. Ach ja. Das heißt, ich muss noch auf Flo warten. Da einziehen. Dort einziehen. Oh, Guttchen. Oh, Guttchen. Oh, Guttchen. Oh, Guttchen. Oh. Oh, Guttchen. Oh, Guttchen. Ich warte. Ich warte. Und ich warte. Yeah. Zwei Blöcke breit. Dann brauchen wir auch so einen zwei Blöcke Weg, weißt du? Ach so, das war's du. Ich hab nämlich nur einen Block halt, einen Blockweg gebaut. Ja, das merke ich schon. Ah, ich seh dich. Da hinten kommt der Flo. Er läuft an den Zombie-Pickman vorbei. Gleich. Ich lauf durch. Und, oh, er hat dich fast runtergeschubst. Er ist runtergefallen. Hm. Bist du bereit? Hast du eine Spitzsacke mitgebracht? Ah. Dankeschön. Okay. Mal sehen, wo wir rauskommen. Mal sehen, ob wir auch wirklich... Und... Ich teleportier mich nicht, du? Ich mich auch nicht. Doch, jetzt. Ah, ja, ja, ja. Sag mir jetzt. Ja, bin doch nochmal im Festland. Oh Gott, wo sind wir hier denn? Da hinten ist Holz. Hör auf, Flo. Nein. 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 Hinter dir, Skelett. Okay. Wird gar nicht. Hm? Äh, ich will nur kurz einen Überblick erschaffen. Äh, gesch... Verschaffen. Weil... Okay. Okay. Sieht hier ja fast interessant aus. Dann gehen wir nämlich... Oder gehe ich meinetwegen auch nur... Offscreen einmal auf... Erkundungsjagd. Und suche mir... Diamanten. Denn ich will unbedingt Diamanten haben. Nur wegen... Cobblestone abbauen. Und gut. Wenn du willst, kannst du... Iiiiih! Was ist das? Auf dem Block. Diorit. Okay, will ich nicht. Ähm... Wenn du willst, kannst du hier diese... Ist das Arkanienholz? Ja, ne? Akazienholz. Dann kannst du hier diese... dir diese Bäume formen meinetwegen. Ich stimme mich auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Und... Das dürfte dann auch das mit dem Part gewesen sein. Obwohl nicht ganz... Hallo. Tschüss. Hallo. Komm schnell. Tschüss. Aber nicht zu viel da hinten farmen, ne? Also nicht wirklich irgendwie... Sand oder Dreck farmen oder so, ne? Ich will ja auch nur Bäume. Ja, gut. Dann haben wir aber auch andere Saplings. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir noch ein paar... Akazienholz-Saplings oder was das ist. Ich weiß eigentlich... Ich mein... Ob wir uns jetzt im richtigen Land rüber gebaut hätten. Mit 10 Stacks. Oder durch... Doppelte... Durch die Möglichkeit, dass wir zwei Nether-Portale bauen können. Uns dadurch halt rüber chillen. In die andere Welt. Macht ja keinen Unterschied. Klar hast du jetzt so ein bisschen gecheatet. Weil dann ist die Herausforderung so ein bisschen weg. Aber wir snacken uns ja nicht viel. Wir snacken uns nur cooler aussehendes Holz. Und... Hä? Eigentlich würde ich das auch ganz normal... Ja, komm. Halt eben durch diese 10 Stacks. Ja, eben. Ja, eben. Wir haben jetzt eigentlich nur diesen... Bauweg beschleunigt. Ja. Auch nicht unbedingt viel, aber... Ja, aber ich mein... Ja, wir machen ja nichts, um uns das hier alles zu erleichtern. Wir snacken uns jetzt nicht irgendwie... ...mehr Erde oder so. Wir snacken uns halt nur cooler aussehendes Holz und Diamanten, damit wir schneller Cobblestone abholen. Wow. 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 Das ist... Wow. Also... Schon krass. Schon echt heftig. So, was wollte ich machen? Ich wollte hier eigentlich noch... Wir haben bestimmt noch Cobblestone Slaps, ne? Rein theoretisch könnten wir uns, wenn wir ohne... ...den Mannenspitze kamen auch... ...ob wir hier anfahren. Nein, können wir nicht. Doch. Nein. Doch. Ja, in der echten Welt, ja. Nein. Wieso wollen wir das hier denn machen? So. Wenn man zu zweit ist, einer geht durch. Bleib da. Das eine Portale bleibt in der Hölle an. Du baust das ab. Ich geh da durch. Ich sporte ein neues. Fertig. Achso, wow. Ja, okay. Okay. Das ist ja auch kacke. Hm, genau. Zack. 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 Okay. So, damit es gleich ein bisschen cooler aussieht. Ich wollte... Ich brauche... Sticks. Ich brauche Sticks dafür, glaube ich, ne? Genau. Und... Nee. Nee. Ah. Drei Zeilen sind so... ...zu viel. Ja. Die schließen nicht an... ...den Zaun an. Ist das dein Ernst? Shit. Okay. Dann brauche ich eigentlich noch drei Zäune. Okay. Moment. Zack, zack. Nee, warte. Das ist falsch. So. Ja, das geht. Damit die Schneemänner bald hier nämlich nicht durch können, Flo. Zack. Und... ...wir müssen das ja eh noch bauen. Ich wollte es aber... Ach, wohl doch. Machen wir es aus Holz. Nur auf die Seite. Genau. Super. Warum fehlt hier ein Erde-Block? Finde ich jetzt nicht cool. Können wir nochmal neue Schneemänner bauen gleich. Ich baue neue Schneemänner gleich. Wie viele Schneemänner wollen wir machen? Sechs. Ja, ne? Sechs reichen. Ich glaube auch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Machen wir fünf. Nein. Shit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Nein, dann muss ich hierzu auch noch ein Tor bauen. Scheiße. Nein. Geh weg. Geh weg. Du kommst hier nicht rein. So. Okay. Ähm. So. Dann brauche ich nochmal. Ich weiß nicht wie viele Zäune. So. Haben wir jetzt halt ein paar mehr Zäune. Falls wir nochmal Holzzäune brauchen. Und nochmal zwei Tore. Ups. So. Zack. 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 So. Nein. Was macht denn der Schneemann da? Du gehst. Weg hier. Raus. Raus. Danke. So. Dann kann ich das wieder zurückbacken. Dann kann ich hiervon nochmal zwei bauen. Warte. Kannst du den Schneemann auf eine Druckplatte rauf? Ja. Ja. Okay. Dann stelle ich sie nur da hin. Genau. Gut. Ach du hast hier einen Baum gepflanzt. einen Akazienholzbaum. Drei Stück. Einer ist schon gewachsen. Ja. Einer ist schon gewachsen. Deswegen. Ich hab nur den gesehen grad. Jo. Ähm. Dann würde ich sagen, das war's jetzt wirklich mit der Aufnahme gleich. Ja. Ich will noch kurz. Ich pack noch einmal kurz. So. Den Schmarrn weg hier. Ja. Stimmt ja. Wir bringen uns am Ende der Folge um. Richtig. Äpfel können da noch rein. Schnee kommt hier noch mit rein. Zack. Kürbisse kommen hier unten noch hin. Ähm. Nochmal hoch rennen. Können Schneemänner die Hölle laufen? Also durchs Portal? Ja. Oh. Okay. Dann pack ich meine Sachen jetzt einfach in die Droh hier. So. Bist du bereit? Wo bist du? Warte. Sollen wir hier dann später auch nochmal ein Tor hinbauen? Ja. Gut. Machen wir später. Wo bist du? Bist du da hinten? Mal angefangen das Haus. Ja. Sieht schick aus. Bisher. Alter hast du viel Sachzeug bei dir gehabt. Wir können aber später. Wir können gerne Sand fahren in der anderen Welt. damit wir Glas machen können. Also mehr Glas. Also mehr Glas. Nur mit diesem bisschen Sand, den wir jetzt noch haben. Ist halt doof. Das machen wir vielleicht. Gucken wir mal. Würde ich sagen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Hallo? Der Rainer. Haut rein. Huiiii. Was war das? Da war Schnee glaube ich oder so. poetic. Schief. w auf. провbe Wir gucken. Wir gucken.